Ihr Lieben, ich habe eine wundervolle Announcement zu machen, die mich riesig freut, auf die ich schon die ganzen letzten Tage und Wochen warte. Und zwar, der offizielle Ticketverkauf für das Tomatenschot 400 Live-Event in Berlin hat gestartet. Ich habe das komplette Programm unter Dach und Fach. Es ist zwar noch ein ganzes Weilchen hin, am 4. und 5. Juni wird diese Party steigen, aber ich habe auch jetzt schon alles komplett fertig. Ihr könnt jetzt schon Tickets erwerben. Aber erstmal, was erwartet euch an diesem Tag? Oder beziehungsweise an diesen zwei Tagen? Los geht es am Samstag, das ist der 4. Juni um 14 Uhr im Kino Movimento in Berlin-Kreuzberg, wo wir erstmal in der Lounge ein bisschen chillen, ein bisschen essen, ein bisschen snacken und so weiter können und anschließend für zwei Stunden einen kompletten Kinosaal für uns haben, wo es eine Premiere eines bisher noch streng geheimen Videos geben wird und eine ganze Ladung fetter inspirierender Vorträge. Ich habe ein steiles Speaker-Line-Up am Start, das euch so richtig vom Hocker hauen wird. Da bin ich auf jeden Fall völlig von überzeugt. Wenn wir das unter Dach und Fach haben, dann geht es anschließend ins Jump Berlin. Das ist eine Trampolin-Halle. Wenn ihr die Tomatenshows in der letzten Zeit verfolgt habt, dann kennt ihr das Ding wahrscheinlich eh schon. Es ist absolut großartig. Der Traum eines jeden großen und kleinen Kindes können wir uns da völlig ausbauen. 90 Minuten haben wir den kompletten Park für uns alleine und können da Saltos machen und vom Turm springen und mit Bällen werfen und einfach nur richtig, richtig viel Spaß haben. Und die ganzen verbrannten Kalorien werden wir anschließend im Soy wieder reinholen. Soy ist ein veganes vietnamesisches Restaurant, das äußerst, äußerst, äußerst lecker ist. Und genau, so lassen wir dann chillig den Abend ausklingen bei leckerem Essen und guten Gesprächen und einer schönen Runde. Am Sonntag geht es weiter. Sonntag werden wir gemeinsam brunchen im Lauma. Lauma kennt vielleicht auch schon der eine oder andere von euch. Für mich wirklich echt der leckerste Brunch in der Hauptstadt. Da geht es um 11 los und dann werden wir da gemeinsam chillig brunchen. Und wer eine weitere Reise hat, der kann gerne dann so gegen 14 Uhr, 15 Uhr wieder aufbrechen und sich auf den Nachhauseweg machen. Alle anderen, die dann noch da sind. Und wenn das Wetter mitspielt, das ist ja Anfang Juni so ein bisschen tricky, kann man noch nicht so weit vorausplanen. Das würden wir dann auf jeden Fall spontan machen. Können wir uns gerne noch danach für ein chilliges Picknick im Mauerpark treffen. Und genau, da noch einfach ein bisschen Quatsch, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen die hoffentlich Sonne genießen. Und genau, so ist das Programm. Ich freue mich megamäßig auf euch alle. Es gibt insgesamt 60 Plätze. Mehr gehen leider nicht, dadurch, dass wir nicht mehr Kapazitäten im Kino und in dem Jump haben. Ja, sichert euch euren Platz. Ich glaube nicht, dass es noch weniger, dass es noch viele Wochen irgendwie Tickets geben wird, nachdem ich in letzter Zeit schon so viele begeisterte Anfragen bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, sie wollen unbedingt dabei sein. Also, wenn ihr das Video jetzt auf YouTube guckt, dann ist unten drunter der Link zu der Page, wo ihr euch euer Ticket erwerben könnt. Ticket kostet insgesamt 45 Euro. Oder wenn ihr das Video direkt auf der Page guckt, dann habt ihr natürlich hier nochmal alle Infos, könnt euch das nochmal durchlesen und könnt ebenfalls über den roten Knopf letztendlich euer Ticket sichern. Wenn ihr das bezahlt habt, wenn jetzt über PayPal alles abgewickelt ist, dann habe ich eine Teilnehmerliste. Ihr kriegt kein Ticket zugeschickt. Ihr kommt einfach hin, sagt euren Namen an und dann seid ihr letztendlich dabei. Ich freue mich megamäßig. Lasst euch das Event des Jahres nicht entgehen. Es wird großartig. Bis dann, ihr Lieben. Ich freue mich hart auf euch.